Und hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters, oder eher gesagt zurück zu Minecraft Monsters, denn wir sind immer noch dabei, unseres Melkuri zu bauen, die wir natürlich bei Nacht nicht bauen wollen. Und ich möchte die jetzt endlich fertig haben, damit ich endlich meine Werkzeuge koste. Günstig reparieren kann. Das ist nämlich eigentlich mein Ziel an der ganzen Sache. Und vor allen Dingen auch mal sowas wie eine Diamant-Axt oder sowas. Was? Nein! Ich hasse dich! Ich hasse! Boah! Ich hasse dich, Treib-Sand! Ne? Man kann... Wer ist auf die Idee gekommen, sowas in Minecraft reinzubringen? Das ist doch nicht Dark Souls! Pfff... 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 Wir wollen unsere Smelltree fertig machen. Und... Dafür haben wir jetzt auch einige Sachen schon bekommen. Hier tue ich dann noch den letzten... Ähm... Pfff... Wie heißt der übrigens? Chasing Bays hin. So, wir brauchen noch zwei von denen da. Von Shared Furance. Zwei Chasing... Drei Chasing Bays. Und einen von diesen Casting-Tables. So, und das mache ich jetzt natürlich auch. Dummerweise... Weiß ich noch nicht mal, wie viel ich noch davon habe. Gar nichts mehr. Super. Oh, sieht das heller aus gerade. Boah, das geht ja gar nicht. Uah, Sonne. Werd mal weniger. Ah, jetzt geht's wieder. Halbwegs. Gut. Ähm... Ja, dummerweise... ...habe ich wahrscheinlich auch nichts mehr zu Hause. Das bedeutet... ...mit einer... ...fast kaputten... ...schaufel... ...noch etwas Gravel zu farmen. Obwohl wir haben... Ja, wir haben nur 26, nicht viel. So, kommt man noch eine... ...etage tiefer. Das geht auch noch. Denn wir wollen ja viel Gravel... Ups... ...haben. Ah ja, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wir kommen ja immer auf das Doppelte. Was eigentlich schon sehr angenehm ist. Ähm... Ja, auf der Rückweg sollte ich noch daran denken. Ich liebe diesen Shader wirklich. Ich liebe ihn. Er sieht geil aus. Ich hoffe, wir haben jetzt noch genügend Sand in der Base. Sonst wäre das etwas suboptimal. Was, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß noch mal, was ich gerade gemacht habe. Generell ist vieles... ...hör auf, mich zu nerven, Zombie. Suboptimal, aber... Das ist eben so. Meistens, weil ich ein Idiot bin. Manchmal wegen anderen Sachen. Hm... Passiert. So. Weiterlaufen. Ich würde gerne noch nach Hause kommen, bevor es wieder dunkel wird. Oder eher gesagt, ich würde gerne noch mal nach da hinten kommen, bevor es wieder dunkel wird. Denn da hinten habe ich mir ja mal im Bett liegen. Wäre doof, wenn man jetzt das Bett nicht mehr bekommt. Oder nicht mehr zum Bett kommt. Und, äh... Ja. Oh, mein Inventar hat gerade Grafikprobleme. Sehr interessant. So. Ähm... Crafting. Erstmal Sand holen, Clay holen. Smeltery Blocks auch holen. Smeltery Blocks. Mein Gott. Vielleicht sollte ich einfach mal den Shader neu laden. So. Und jetzt? Ne. Puh. Keine Ahnung warum. Ist auch egal. Solange es nur halbwegs aussieht. Grunt. Schön viel. Super. Ich habe immer zu wenig Gravel. Das liegt... Mh... Naja. Da, dass ich einfach zu wenig Gravel habe. So. Wir haben gar keine Kohle mehr. Doch, da oben haben wir noch was. Gut. Haben wir da noch was? Nein. Da haben wir noch sieben. Ähm... Ja okay, also... Da haben wir noch genügend. Das Grunt kann ich auch schon mal hier hin tun. Kohle fehlt uns. Wir brauchen dringend Kohle. Das ist jetzt natürlich ein großes Problem, was wir haben. Denn wir haben keine Kohle, wie man gemerkt hat. Ähm... Erst mal essen. So. Aber wir haben schon mal davon was. Was gar nicht mal so schlecht ist. Denn wir brauchen ja noch zwei... Oh. Hiervon. Da. Dann wollte ich noch... Ach... Ist ja egal welches... Obwohl... Achso, es ist nur eine Rotendor. Gut. Dann ist das ja wirklich egal. Cool. Da unten fehlt die Textur. Hole ich mir mal ein neues Schwert raus. Ironsport habe ich auch noch. So. Haben wir noch etwas Eisen. Silver, Bronze, Thin, Iron. Gut. So. Dann... Einmal noch... Ein paar Sticks bauen. Und... Haben wir noch eine... Pickaxe und... Bitte... Einmal noch mal eine Schaufel. Obwohl... Ich habe da eine Schaufel. Ähm... Dumm... Die Dumm... Die Dumm... Die Dumm... 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 Die Dumm... Die Dumm... Ja. Passiert immer wieder bei mir. Nicht aufregen. Davon hätte ich noch... Vier... Nein, drei habe ich davon noch gebraucht. So. Her damit. Und hiervon brauche ich noch genau einen. So. Dann brauche ich... Was ich auf jeden Fall weiß. Kann ich den Rucksack... Okay. Das wäre voll cool, wenn man den Rucksack in den Rucksack packen könnte. So. Ähm... Ja, genau. Einen Teil wollte ich auch noch in der Mitte vorne bauen. Nein. Und zwar... Das Teil hier. Shared Glass. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht... Habe ich Problemchen. Denn ich baue das ja mitten ein. So. Hiervon kann ich noch was mitnehmen. So. Was haben wir noch, was ich gebrauchen könnte? Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss die... Musik etwas runterdrehen. Ähm... Was könnte ich noch gebrauchen? Ah ja, genau. Ich weiß, was ich noch mitnehmen wollte. Und dazu packe ich mal wieder den Rucksack aus. Denn ich brauche das Ganze, glaube ich. Ich möchte... Die Teile hier alle mitnehmen. Das ist jetzt natürlich dumm gewesen. Aber es ist so vieles dumm, was ich gerade mache. Äh... Denn die braucht man zum Schluss sehr viel. Und... Am Anfang möchte ich ja sowieso nur meine... Sachen bauen. So. Die kann ich... auch... hoffentlich alle abbauen. Ich hoffe, ich weiß dann noch, wie man die nebeneinander baut. Denn das ist schon einiges her. So. Komm. Patternbox. Du, du. Äh... Ja. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, das wäre es fürs Erste. Wundor habe ich auch dabei. Gut. So. Dann wieder auf dem Weg zur Klopfen. Auf dem Weg nach zurück machen. Und dann mal gucken, was passiert, wenn ich Steine schmelze. Das würde ich nämlich gerne mal das Ergebnis begutachten. Was da rauskommt. Oh, und es wird auch schon wieder Nacht. Also, ich habe... Glaube ich... Stelle ich einfach mal die... Zeiten etwas ein. Und das ein mit dem Shader. Das kann man ja so schön machen. Zumindest habe ich es gesehen. Mal gucken, ob es was gegen Zombies hilft. Aber ich glaube eher gesagt nicht. So. So. Uah. Okay. Und es wird wieder komplett dunkel. Was immer genial ist. Wenn man weiß, wo man ist. Und wenn man nicht genau weiß, dass hier irgendwo so ein komischer Spalt ist, den ich wahrscheinlich schon längst übersehen habe. Komm, weiter, 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 weiter. Perfekt. Tür. Schlafen gehen. So. Jetzt sind wir zumindest damit fertig. Ich... Ich...